Also, wir bekennen gemeinsam mit Frage 99 vom Heidelberger Katechismus. Was will Gott im dritten Gebot? Gott will, dass wir weder mit Fluchen oder mit falschem Eid noch mit unnötigem Schwören seinen Namen lästern oder missbrauchen. Wir sollen uns auch nicht durch unser Stillschweigen und Zusehen an solchen schrecklichen Sünden mitschuldig machen. Gottes heiligen Namen sollen wir nur mit Furcht und Ehrerbietung gebrauchen, sodass er von uns recht bekannt, angerufen und in allen unseren Worten und Werken gepriesen wird. Frage 100 Ist es denn eine so schwere Sünde, Gottes Namen mit Schwören und Fluchen zu lästern, dass Gott auch über die zürmt, die nicht alles tun, um es zu verhindern? Ja, denn es gibt keine Sünde, die größer ist und Gott heftiger erzürnt als die Lästerung seines Namens. Darum hat er auch befohlen, sie mit dem Tode zu bestrafen. Amen Wir singen vor der Predigt noch Liebe Gemeinde, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde. Amen Liebe Gemeinde, heute denken wir in der Katechismus-Predigt, also über das dritte Gebot nach. Das ist kurz und bündig. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. So steht es in Exodus 20, Vers 7 und auch in 5. Mose 5. Und es gibt also eine klare Warnung dabei. Er wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. In unserer Übersetzung wird das Wort missbrauchen gewählt. Vielleicht kennt ihr das Gebot auch aus anderen Sprachen oder Übersetzungen. Im Hebräischen sind es eigentlich zwei Wörter. Das Ferb bedeutet heben, tragen, erheben. Oder auch aussprechen. Also wir sollen den Namen des Herrn nicht heben, tragen, aussprechen. Wie? Also das andere Wort ist dann eitel oder nichtig oder vergeblich. Wir sollten den Namen des Herrn, unseres Gottes, nicht eitel oder nichtig oder vergeblich heben, tragen, erheben, aussprechen. Und das ist also ein sehr wichtiges Gebot, wie auch in Frage 100 klar wird. Es ist das Gebot, das Gott, wenn es übertreten wird, Gott sehr verzührend und er hat befohlen, es mit dem Tode zu bestrafen. Das Thema dieser Predigt ist der Name des Herrn. Und wir achten dann auf zwei Dinge, den sollst du gut kennen und den sollst du gut gebrauchen. Der Name des Herrn, erstens sollst du gut kennen. Erkennst du den Namen des Herrn und was bedeutet sein Name dann für dich? Ich wage zu behaupten, dass der Name des Herrn das Wichtigste ist, was du überhaupt lernen kannst. Hast du in der Schule schon etwas über Gottes Namen gelernt? Vielleicht lernst du lesen, schreiben, rechnen und viele andere Fächer, wenn du größer wirst. Aber wenn du den Namen des Herrn nicht kennst, dann hast du das Wichtigste verpasst. Es kann auch sein, dass du Theologie studierst oder studiert hast und einen Dienst in der Gemeinde machst, aber den Namen des Herrn nicht persönlich kennst, dann hat es keinen Sinn. Wir sollen, wir müssen den Namen des Herrn kennen. Denn wie sollen wir glauben, wenn wir nicht wissen, an wen wir glauben sollen? Wie sollen wir vertrauen, wenn wir jemanden Namen nicht kennen? Der Name des Herrn zu kennen ist nicht nur das Wichtigste. Es ist auch etwas, was dein Leben verändern wird, wenn du seinen Namen kennst. Dem Katechismus steht das am Ende von Frage und Antwort 99. Wie sollen wir mit Gottes Namen umgehen? Und ich möchte heute bei diesem Gebot vor allem darauf einkehren, wie gebrauchen wir den Namen? Gut, in jedem Gebot gibt es etwas, was geboten ist und etwas, was verboten ist. Und es heißt hier, Gottes heilige Namen sollen wir nur mit Furcht und Ehrerbietung gebrauchen, so dass er von uns recht bekannt, angerufen und in allen unseren Worten und Werken gepriesen wird. Wir sollen also Gottes Namen recht bekennen, steht hier. Recht bekennen. Und das Wort bekennen ist zutiefst ein sehr intimes Wort. Es geht nicht nur darum, dass wir die Worte des Glaubensbekenntnisses gut aussprechen. Natürlich ist das auch bekennen, wenn wir das gemeinsam tun. Aber in der Bibel geht die Bedeutung von bekennen viel weiter. Es kann sogar die Gemeinschaft zwischen Mann und Frau bedeuten. Bekennen. So war es früher auch in der deutschen Sprache. Eine Frau bekennen bedeutet mit einer Frau schlafen. Und so intim, so innig kann das Kennen des Namens des Herrn sein. Diesen Namen sollst du gut kennen. Nicht nur mit deinem Kopf, sondern mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Denken, mit deinem ganzen Verstand, also wie es im Liebesgebot gesagt wird. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das ist auch eine Zusammenfassung von diesem Gebot, wo auch das dritte Gebot zusammengefasst wird. Wenn du seinen Namen liebst, wenn du den Herrn liebst, wirst du ihn auch nicht missbrauchen. Dann erhebst und trägst du seinen Namen nicht vergeblich. Lass uns uns in der Bibel mehr über den Namen des Herrn anschauen. Und dabei ist es schon wichtig zu bemerken, dass wir alle von anderen einen Namen bekommen haben. Aber nur Gott hat seinen eigenen Namen offenbart. Niemand von uns ist auf die Welt gekommen und hat dann gesagt, Hallo, ich bin Peter oder Diana oder Heinu oder Olga. Nur vielleicht bei Helmut denke ich, dass es so gegangen sein könnte, weil es in den Kenen ist. Aber auch da ist es eigentlich so. Wir haben unseren Namen bekommen. Und ganz deutlich, sehr schön lesen wir das in 2. Mose 3. Das ist die Geschichte, wo er sich Mose offenbart und Mose nach seinem Namen fragt. Lass uns da einige Verse lesen. 2. Mose 3, ab Vers 13. Und Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Kindern Israus komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mich fragen werden, was ist sein Name, was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin. Und er sprach, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Und weiter sprach Gott zu Mose, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Israaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name ewiglich. Ja, das ist der Name, mit dem ihr an mich gedenken sollt von Geschlecht zu Geschlecht. Und geh hin und versammle die Ältesten von Israel und sprich zu ihnen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, Israaks und Jakobs ist mir erschienen und hat gesagt, Ich habe genau Acht gegeben auf euch und auf das, was euch in Ägypten geschehen ist. Und ich habe gesagt, ich will euch aus eurem Elend, aus dem Elend Ägyptens herausführen, in das Land der Kananiter, Hethiter, Amoriter, Ferisiter, Hebiter und Jebusiter, in das Land, in dem Milch und Honig fließt. Gottes Name ist also, ich bin, der ich bin. Möchtest du so sagen, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Und das ist vielleicht ein bisschen merkwürdig für uns. Wenn du neu in die Schule gehst und die Lehrerin fragt dich, wer bist du? Und dann sagst du, ich bin, der ich bin. Dann denkt sie, der spinnt. Aber bei Gott passt es genau. Denn es ist sein Kennzeichen, sein Merkzeichen, dass er ist, er lebt, er ist der lebendige Gott. Gott ist das Sein in sich selbst. Er existiert in sich selbst, alles andere Sein. Dass wir überhaupt sagen können, ich bin Peter oder ich bin Jephter oder wer auch immer, das ist alles von ihm abgeleitet. Aber Gott ist in Ewigkeit. Er ist die Existenz selber. Und für Mose war es auch klar, wer Gott ist, als er dann auf die Patriarchen hingewiesen wurde. Der Herr ist der lebendige Gott, der ewige Gott, der Gott der Geschichte und der Gott unserer Vorfahren. Er ist der Gott Abrams, Isaacs und Jakobs. Er ist der Gott, ich bin, der ich bin, ich war und ich werde sein, wie wir auch am Anfang im Gruß gehört haben. Der ist und der war und der kommt und der sein wird. Im Hebräisch klingt es wahrscheinlich wie Jahwe. Ganz genau wissen wir es nicht, weil die Juden schon jahrhundertelang nicht mehr den Namen des Herrn aussprechen wollen. Dafür sei er zu heilig, meinen sie. Deswegen reden sie meistens über den Namen, allgemein. Oder sie sagen Adonai, Herr. Früher hat man gedacht, dass man den Namen Gottes als Jehova aussprechen sollte. Deswegen gibt es die Zeugen Jehovas. Aber auch alte Lieder können noch den Namen Jehova verwenden. Das bedeutet nicht, dass das Lieder sind von den Zeugen Jehovas. Es ist nur ein Zeichen davon, das ist die altmodische Verwendung, also diesen Gottes, diesen Gottennamens. Ja? Okay. Manche Bibelübersetzungen also auch. In vielen Bibelübersetzungen wird aber jetzt einfach Herr übersetzt. Herr, aber dann sieht man schon den Unterschied. Herr mit vier Großbuchstaben. Das ist der Name Gottes. Und in 2. Mose 3, in was Gott sagt zu Mose, wird dann diese Name erklärt, was er bedeutet, wie der Name sozusagen funktioniert. Ja? Wie diese Name dein Leben verändert, weil er ein Gott ist, der lebendig ist und etwas tut. In Vers 16 lezen wir dann, Der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrams, Isaks und Jakobs ist mir erschienen und hat gesagt, Ich habe genau Acht gegeben auf euch und auf das, was euch in Ägypten geschehen ist. Ist das nicht wunderbar? Der ewige Gott, der immer schon da war und immer da sein wird, gibt Acht auf die Menschen auf Erden, die nur ein paar Jahre dort auf Erden leben und er kümmert sich um sie. Ja, er hat beschlossen, ich werde euch aus dem Elend befreien. Das ist, wie Gott Gottes Name ist und was er bedeutet, was er tut. Siehst du, wie schön es ist, den Namen Gottes, den Namen des Herrn zu kennen. Wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir einen Gott, der lebt, der existiert und zur Ehre seines Namens sich um das Los der Menschen kümmert und sie auch aus ihrem Elend befreit, um ihnen eine hoffnungsvolle Zukunft in einem neuen Land zu geben. Brauchst du das nicht auch? Magst du nicht diesen Gott besser kennenlernen? Fühlst du dich nicht ab und zu, oder vielleicht oft, elend? Oder lebst du in Sklaverei? Bist du gebunden? Gott gibt Acht auf dich und er kann dich herausführen. Ein bisschen weiter in der Bibel offenbart Gott seinen Namen noch einmal ganz deutlich und wunderbar, nämlich in 2. Mose 34. Wenn das Volk Israel befreit ist und Gott den Bund beim Sinai mit ihnen geschlossen hat. Gott hat sein Gesetz gegeben, aber kurz darauf folgte die schreckliche Sünde mit dem koldenen Kalb. Und Gott würde uns schon Schluss machen mit dem Volk, aber Mose tritt für das Volk ein und Gott lässt sich durch sein Bitten erweichen. Gott straft das Volk, aber er vernichtet es nicht. Der Herr geht weiter mit Mose und mit seinem Volk. Und dann lesen wir in Kapitel 33 und 34 von einer besonderen Begegnung zwischen Gott und Mose. 2. Mose 33 Vers 18 Da betet Mose So lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und der Herr sprach Ich will alle meine Güte vor deinem Angesicht vorüberziehen lassen und will den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Und wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Und er sprach weiter Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und dann in Kapitel 34 Vers 6 und 7 ist es dann soweit. Der darf der Gottes Herrlichkeit sehen. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief Der Herr, also ich bin, der ich bin Der Herr, ich bin, der ich bin Der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist Langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue Der tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt Aber keineswegs ungestraft lässt Sondern die Schuld der Väter Heimsucht an den Kindern und Kindeskindern Bis in das dritte und vierte Glied Ich bin, der ich bin, sagt Gott hier zweimal Und wie bin ich? Ich bin der starke Gott Wow, ja, Gott ist der Allmächtige Und er sagt, ich bin barmherzig und gnädig Wie wunderbar ist das? Langsam zum Zorn Ja, Gott ist gerecht Und sein Zorn hat einen Platz, aber er ist langmütig Und von großer Gnade und Treue Cheset Beermet Ist das wirklich, wie der Herr ist? Ja, so ist er Und das ist ganz besonders, weil Vor allem im Licht dessen, wie das Volk sich benommen hat Und wir sind ja nicht besser Ist Gott immer noch so? Ja, so ist sein Name ewiglich Und dann heißt es Der Schuld, Übertretung und Sünde vergibt Drei verschiedene Wörter, um Sünde anzudeuten Und sie werden alle vergeben, wenn wir uns zu diesem Namen wenden Aber Keineswegs ungestraft lässt Das ist die Kehrseite seiner Liebe Ich habe es öfters gesagt Gott hasst das Böse Und die Sünden der Eltern werden klar Ihre Wirkung haben in den nächsten Generationen Gott hasst das Böse Und deswegen lässt er nicht ungestraft Ungestraft Und er möchte, dass auch du das Böse hast Das ist auch sein Name Und die Frage für dich ist Willst du den Herrn und seinen Namen lieben? Wenn ja, dann kannst du Dann darfst du mit seiner Liebe rechnen Auch wenn noch viele Sünden Zu deinem Leidwesen in deinem Leben sind Aber wenn du nicht einmal seinen Namen lieben willst Dann musst du mit seinem Zorn rechnen Denn mit seiner Liebe wirst du ja nichts zu tun haben Und von hier aus ziehe ich dann die Linie zum Neuen Testament Dort wird Gott Mensch Und wir denken in der Adventszeit darüber nach Gott wurde Mensch Das Wort wurde Fleisch Und er bekommt einen Namen Sein Name wird Jesus sein Wurde gesagt Matthäus 1,21 Wurde Josef gesagt Sie wird aber einen Sohn gebären Und du sollst ihm den Namen Jesus geben Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden Jesus kommt auf die Erde Gott selbst kommt auf die Erde Und dann Im hohe priestlichen Gebet sagt Jesus selbst Dass er auf der Erde Den Menschen Gottes Namen offenbar gemacht hat Johannes 17, Vers 6 Ich habe deinen Namen Den Menschen offenbar gemacht Die du mir aus der Welt gegeben hast Sie waren dein Und du hast sie mir gegeben Und sie haben dein Wort bewahrt Er hat Gottes Namen offenbar gemacht Und was wir gerade im Buch In 2. Mose gesehen haben Als der Name des Herrn von Mose ausgerufen wurde Das sehen wir alles In Jesus wieder Jesus Herrliche Name Und dann Da müssen wir auch wieder Zum Kreuz kommen Denn dort Das ist der Ort Wo der Name des Herrn In Taten auf der Erde Verkündet wird In 2. Mose waren es Worte Und Gott hat es für sein Volk wahr gemacht Aber auf Gogota Es ist die größte Tat Durch die Gott seinen Namen Auf die Erde schreibt Der barmherzig und gnädig ist Von großer Gnade und Treue Das ist mit dem Blut Jesu Auf Erde geschrieben Seine Liebe für tausende von Generationen Seine Liebe für jeden Der sie annimmt Für jeden Der bei diesem Kreuz niederkniet Und ja Auch beim Kreuz Wird der Hass über die Sünde sichtbar Gottes Zorn geht über Jesus hinweg Und wer nicht auf das Opfer Jesu Vertrauen will Der kriegt immer noch Mit Gottes Zorn zu tun Aber Das muss nicht sein Jesus lässt sich erkennen Durch das Wort Durch die Bibel In der alles über ihn geschrieben steht Damit Damit So wie Johannes das schreibt Johannes 20 Vers 31 Damit ihr Glaubt Dass Jesus der Christus Der Sohn Gottes ist Und damit ihr Durch den Glauben Leben habt In seinem Namen Kennst du den Namen des Herrn Jawe Der Gott des Bundes Und kennst du Jesus Als deinen Retter Als deinen persönlichen Erlöser Wir kommen zum zweiten Punkt Das Thema ist Der Name des Herrn Zweitens Diesen Namen sollst du gut Gebrauchen Einige Dinge dazu Diesen Namen sollst du gut Gebrauchen Das ist also das Gegenteil Davon Den Namen zu missbrauchen Und natürlich Sollen wir das Weil Gott es in seinem Gesetz Sagt Und wenn wir seinen Namen Kennen Dann wollen wir das Auch Aber noch einmal Es ist auch mit einer Deutlichen Warnung Verbunden Denn der Herr Wird den nicht Ungestraft lassen Der seinen Namen Missbraucht Mit anderen Worten Gottes Namen zu missbrauchen Ist lebensgefährlich Aber Seinen Namen Richtig zu gebrauchen Ist auch Lebensgefährlich Das werde ich gleich erklären Wenn es darum geht Den Namen Gottes Richtig zu gebrauchen Möchte ich auf Einzelpunkte Eingehen Erstens Man soll diese Namen Anrufen Die Bibel sagt bereits In 1. Mose 4 Dass die Menschen Den Namen des Herrn Anriefen 1. Mose 4 Vers 26 Und auch dem Set Wurde ein Sohn geboren Den nannte er Enos Und dann Damals fing man an Den Namen des Herrn Anzurufen Und das Wird ihr die Gabe Kann man dann auch An den öffentlichen Gottesdienst Denken Wenn wir uns hier Versammeln Sind wir in Gottes Namen Versammelt Im Namen Des dreieinigen Gottes Sofort am Anfang des Gottesdienstes Wir rufen Wir rufen seinen Namen an Wir rufen seinen Namen an In den Liedern Und gebeten So erheben wir seinen Namen Wir loben ihn Also du sollst den Namen des Herrn Anrufen Du sollst auch diesen Namen verkünden In 5. Mose 32 Steht das Lied von Mose Und dort lesen wir In Vers 3 Dass Mose den Namen des Herrn verkündet Oder ausruft Könnte man auch sagen 5. Mose 32 Vers 2 Er sagt Mose Denn ich will den Namen des Herrn verkünden Gebt unserem Gott die Ehre Mose hat erlebt Dass Gott selbst ihm seinen Namen offenbart hat Verkündet hat Und nun verkündet er Den Namen des Herrn selbst Und das ist immer was geschieht Wenn du den Namen des Herrn kennenlernst Dann fängt man an Seinen Namen anzurufen Und man fängt an Seinen Namen auszurufen Beziehungsweise zu verkünden Das ist was es bedeutet Ein Christ zu sein Gott sandte Jesus Um seinen Namen auf Erden bekannt zu machen Und Jesus sendet uns Um seinen Namen zu offenbaren Spörtchen nennt das Das wir in seinem Buch gelesen haben Diese Woche Predigt mit euren Händen Wenn ihr nicht mit den Zungen predigen könnt Der Katechismus sagt es so Noch einmal zum Schluss von Frage 99 Gottes heiligen Namen sollen wir Nur mit Furcht und Ehrerbietung gebrauchen Sodass er von uns recht bekannt Angerufen und In allen unseren Worten und Werken gepriesen wird Den Namen Den Namen auszurufen Zu verkünden bedeutet das zu leben Was dieser Name für dich selbst bedeutet Wenn er so gnädig, liebevoll und treu ist Solltest du das auch sein So wir sollen diesen Namen verkünden Und du sollst auch diesen Namen im geistlichen Kampf gebrauchen Vielleicht kennst du diesen Text Sprüche 18 Vers 10 Der Name des Herrn ist ein starker Turm Der Kerechte läuft dorthin und ist in Sicherheit Sprüche 18 Vers 10 Der Name des Herrn ist ein starker Turm Der Kerechte läuft dorthin und ist in Sicherheit Jeder Christ muss gegen die Welt Den Teufel Und vor allem gegen sein eigenes Fleisch kämpfen Dieser Kampf kann sich auf vielerlei Weise In unserem Leben manifestieren Und dann sagt die Bibel Der Name des Herrn ist ein starker Turm Und das ist ja ein Bild aus einem Kampf In einem Turm oder in einer Burg Ist man sicher und geschützt vor den Angriffen des Feindes Wenn also der Teufel versucht Dich an allen möglichen Schwachstellen anzugreifen Wenn er versucht dir Sünden vorzuwerfen Oder wenn du selbst deine Schwachheit erfährst Oder wie die Welt sieht Fliehe zu diesem Turm Fliehe zum Namen des Herrn Ein Bild davon sehen wir auch in der Geschichte von David und Goliath Ich denke die Geschichte ist bekannt für die meisten David zieht los um gegen einen gewaltigen Riesen zu kämpfen Goliath ist viel größer Aber David wagt es trotzdem zu kämpfen Denn er sagt in 1. Samuel 17,45 Du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer und mit Wurspieß Ich aber komme zu dir Im Namen des Herrn der Hirschjahren Des Gottes der Schlachtreihen Israels Die du verhöhnt hast Und David kämpft im Namen Gottes Und er ringt den Sieg So sollen wir In unseren geistlichen Kämpfen Wie David Im Namen des Herrn kämpfen Du sollst Auch diesen Namen Zur Ehre Gottes tragen Aus Christ Trägst du den Namen Gottes Christ Kommt natürlich von Christus Und er hat sich selbst mit dir verbunden In der Taufe hat Gott seinen Namen auf dich gelegt Wenn du getauft bist Und so soll man diesen Namen dann auch zur Gottes Ehre tragen Es ist schon ähnlich Wie wenn man Gottes Namen verkündet Als Christ sind wir Botschafter Jesu Christi Das ist nicht immer einfach Denn es bedeutet Dass man mit dir tun kann Was man auch mit Jesus getan hat Und das meine ich Dass es gefährlich ist Den Namen gut zu gebrauchen Petrus sagt in 1. Petrus 4, Vers 14 Glückselig seid ihr Wenn ihr geschmäht werdet Um des Namens des Christus willen Denn der Geist der Herrlichkeit Der Geist Gottes ruht auf euch Bei ihnen ist er verlästigt Verlästert aber bei euch verherrlicht Keiner von euch soll daher Als Mörder oder Dieb oder Übeltäter leiden Oder weil er sich in fremde Dinge mischt Wenn er aber als Christ leidet So soll er sich nicht schämen Sondern er soll Gott verherrlichen In dieser Sache Wenn wir den Namen Jesu kennen Glauben Gebrauchen Dann werden wir auch Leiden In Kauf nehmen müssen Paulus wurde gesagt Dass er um des Namens Jesu willen Viel zu leiden Haben würde Und später erklärte er sogar Er sei bereit Um des Namens Des Herrn Jesu willen Zu sterben So das ist es Was es auch bedeutet Mit Gottes Name Mit Ehre zu tragen Das verändert dein Leben Ganz gewiss Aber Er ist es dann auch wert Sind wir auch bereit Um seines Namens Willen zu leiden Sind wir bereit Um seines Namens Willen Zu sterben Ich denke da auch In erster Linie An Entscheidungen Die du in deinem Leben Treffen musst Verfolgung hier So dass du wirklich Sofort umgebracht wirst Wenn du den Namen Jesu erwähnst Auf der Straße Gibt es noch nicht Aber wagen wir es Radikal zu sein Um den Namen Jesu willen Auch wenn es weh tut Wagen wir es Mit Paulus zu sagen Was er sagt In Apostelgeschichte 20,24 Mein Leben Ist mir auch Selbst nicht teuer Mein Leben Ist mir auch Selbst nicht teuer Wenn es gilt Meinen Lauf Mit Freuden Zu verändern Und den Dienst Den ich von dem Herrn Jesus Empfangen habe Nämlich das Evangelium Der Gnade Gottes Zu besorgen Sind wir bereit Schmerzhafte Entscheidungen zu treffen Um Jesus Nachzufolken Wollen wir so Zur Ehre Gottes Seinen Namen Gebrauchen Und dann Wir sollen den Namen Gut gebrauchen Das heißt also auch Du sollst diesen Namen Nicht missbrauchen Ja das ist das Gebot Und es ist nicht erlaubt Es ist lebensgefährlich Es ist in diesem Leben gefährlich Den Namen Jesu Gut zu gebrauchen Aber es ist gefährlich Für das ewige Leben Den Namen nicht Oder in falscher Weise Zu gebrauchen In 3. Mose 24 Kann man lesen Dass jemand Der Gottes Namen Lästerte Sogar zu Tode Gesteinigt wurde Das ist nicht Unsere Aufgabe In der heutigen Zeit Nicht die Aufgabe Der Kirchen Das zu machen Aber Gottes Heiligkeit Ist immer noch Über alles Und ist klar Und das Gericht Ist vielleicht Aufgeschoben Aber nicht Aufgehoben Und wir Müssen Mit dem ewigen Tod Rechnen Wenn wir in diesem Leben Unverschämt Gottes Namen Missbrauchen Und wie alle In der heutigen Zeit Gottes Namen Missbrauchen Brauche ich nicht Zu erklären Oder vielleicht doch Weil es ist so üblich Man ist so dran gewöhnt In Österreich Wenn jemand ausruft Jesus, Maria Wenn jemand dauernd sagt Gott sei Dank Was bedeutet das dann noch? Dankt er wirklich Gott? Oder Um Gottes Willen Leider Gottes Oh mein Gott Gott weiß wie Und so weiter Und wie wird Gegrüßt in Österreich? Grüß Gott Ich glaube Ich glaube Man kann Grüß Gott Gläubig sagen Man kann Auf gute Weise Gott sei Dank sagen Man kann Auf gläubige Weise Um Gottes Willen Um Gottes Willen sagen Und die Die ursprüngliche Bedeutung Des Grußes ist Möge Gott Dir freundlich begegnen Gott segne dich Grüß Gott Aber wenn man es immer Gedankenlos sagt Dann kann man besser Einen anderen Gruß Verwenden Dass der Name In so vielen In Österreich Noch gebraucht wird Zeigt Glaube ich schon Zwar Dass der Name Irgendwie heilig ist Warum Wollen Menschen Diesen Namen Jesus Maria Oder Gott In ihrem Sprachgebrauch Verwenden Weil Sie schon wissen Der Name Gottes ist heilig Aber er wird leider Nicht heilig Gehauten Auch nicht Wenn die Leute Beten Im Vaterunser Dein Name Werde Geheiligt Viele Menschen Denken Gar nicht Darüber nach Wenn sie den Namen Des Herrn Missbrauchen Oder noch schlimmer Es ist Gleichgültigkeit Es ist Einen Wirklich egal Aber Die Schrift sagt Es ist lebensgefährlich Dieser Name Und das Schwierige ist Man kann nicht Neutral bleiben Man muss sich Entscheiden Das ist Dann das Letzte Für diesen Namen Musst du dich entscheiden Wofür entscheidest du dich? Für diesen Namen Oder Gegen diesen Namen Hast du seinen Namen Kennengelernt? Oder lässt er dich kalt? Schau dir das Kreuz an Sieh wie Jesus Für die Menschheit leidet Kannst du dann Gleichgültig sein? Wie er geschlagen wurde Wie er verhöhnt wurde Wie er verspottet wurde Wie er in der Finsternis Ausgeschrien hat Kannst du dann Gleichgültig sein? Ja das kann Die Bibel sagt Dass der Geruch Des Namens Christi Für viele Ein Geruch Des Todes Zum Tode ist Viele Leute Werden sich Nur darüber ärgern Wenn Menschen Jesus lieben Und ihm nachfolgen wollen Es ist für sie Ein Geruch Des Todes Zum Tode Aber das ist furchtbar Das ist ein harter Schlag Ins Gesicht Jesu Unglaube Ist der schlimmste Missbrauch Von Gottes Namen Schön dass Jesus Für die Sünde gestorben ist Aber ich brauche ihn nicht Schrecklich Aber entscheide dich doch Möge der Geist Die Kraft geben Entscheide dich doch Ihm zu glauben Ihn anzurufen Und Buße zu tun Zum ersten Mal Oder Immer wieder Kenne den Namen des Herrn Und gebrauche den Namen des Herrn Richtig Er Ist es wert Halleluja Amen Herr Wir preisen deinen Namen Du der gesagt hast Ich bin der ich bin Du bist immer noch derselbe Und von Jesus heißt es ja Jesus Christus ist derselbe Gestern Heute Und in aller Ewigkeit Und wir wollen uns An diesem Namen Festklammen Hilf uns Diesen Namen festzuhalten Und ihn nie Wieder loszulassen Und wir beten dann her Und wir können auch Vertrauen Dass du Du uns Nie wieder loslässt Wenn wir wirklich Deine Kinder sind Herr Lass noch viele Menschen Deinen Namen erkennen Und anrufen Und dann gerettet werden Und gib Dass wir uns immer bewusst sind Dass wir deinen Namen Tragen Und dass wir ihn Mit Furcht und Ehrerbietung Gebrauchen So dass Deinen Namen In allen unseren Worten Und Werken Gepriesen wird Lass unser ganzes Leben Soli Deo Gloria Sein Nur Zur Ere Gottes Gib uns dafür die Kraft Durch deinen Heiligen Christ In Jezu Kostbare Namen Amen 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 We zingen nog eenmaal een psalm Überdiesen Naar